Dann durchlief er, ohne dass er etwas wiederholen musste, was ja auch sehr übel ist. Alle Klassen, wie er das geschafft hat, weiß ich nicht, aber er ist ja nicht unintelligent. Sein Prinzip war, mit geringstmöglichem Aufwand das Ziel zu erreichen. Und das hat er, dieses Prinzip hat er konsequent durchgehalten und bis zum heutigen Tage. Hallo bei der Stehrmann und Grissemann in Team Hotline. Um nur 36,80 Schilling pro Sekunde hörst du jetzt die deprimierendsten Gespräche zwischen dem Angstösterreicher und dem Eglideutschen. Garantiert abtörnend. Hast du es dort gut drauf zu sein? Dann ruf uns an. Null, 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 null und dreimal die Doppel-Null. Bist du scharf auf Enttäuschung und Zerrüttung? Willst du Trübsal blasen? Dann wähle. Null, 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 null und dreimal die Doppel-Null. Katastrophal. Desillusionierend. Leer. Große Verzagtheit und Verzweiflung garantiert. Ruf uns an. Ruf mich an, die Depo-Line. Null, 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 null und dreimal die Doppel-Null. Call now. Bad Mood Line. Die kälteste Hotline der Stadt. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Christoph Grissemann ein Künstlername ist? Das heißt, Grissemann nicht, ist klar. Aber Christoph ist ein Künstlername. Aber hier hat immer noch Zeit. Doppel-Null, nelle Doppel-Null, lumpen 이번에 illustrations. Vielen Dank.